So Leute, heute noch ein neues Video am Start auf dem Kanal Salern TV. Ich guck mir mal so einiges an. Es ist halt der eine oder andere Lade, wo der steht. Und man kann sagen, wo das ist. Und viel Spaß mit dem Video. Let's go. Achtung, herrscht auch permanenter Leerstand. Immer mehr, jede weniger. Achtung, ebenfalls alles her. Das hier ist schon geschlossen, das ist schon ewig. Naja. Ja, ich hoffe, dass man das so auf der Kamera erkennen kann. Na, das ging's von außen. Eieieiei, früher war doch richtig was. So, es hält nur noch gehen in der Leere. Blick zur Rolltreppe. Die längst ausgerollt hat. Früher war doch mal ein Textilgeschäft drin. Und man konnte gut inkarfen. Alles vergangen hält. Ja, geschlossen. So, ach so. War wieder endlich aktiv. Judo, natürlich da rumgeschmiert hat. Naja, werft ihr nicht fehler? So, an Sagan, rumgeschmiert. Was ist das nötig? Dass da das ganze Areal so gar nicht genutzt wird. Zumindest muss man ein Teil. Aber so, wie es das so aussieht, denke ich auch nicht. Hei, 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 hei. Ja, das ist auch schon lang nichts. Ne, also jetzt muss man äh, schaff ich schon da was drin. Ich hab schon eh, wie schon ne. Ja, nun das war's. Aber, immerhin die beste Bohnen. Mal, ich mal jetzt Casino. Wir sind, jetzt erzählt, recht jetzt ach so, denkt. Wahrscheinlich war das mal ein Nachtfresor oder irgendetwas. Da ist eine Aussparung. Also, irgendetwas, warte mal. Ja. Das ist auch schon ziemlich verlassen. Ach, die Location ist auch schon enige Jahre Lust. Und so befand sich wohl Späsegaststätte der Wiener Wald. Und war sehr gut bekehrtes Ding. Restaurant. Und du konntest wirklich gut essen. Aber es ist längst vergangen halt. Ach, du rüber. Zieh mich grad. Vielleicht die Bausubstanz. Da sind schon Risse. Das sind. Eieiei. Naja, das ist echt durch das Ding. Naja, so nackt auch schon so verfallen. Das Pfeilrotter ist schon ganz grün, vermust. Ach so, der Ärger. Das sieht auch nämlich so sonnig gut aus. Der Kameradbauzaun. links war die erste und rechts war der Habakwarenlade. Hier allerdings am anderen Standort sind. Aber sonst ist doch alles tote Hose. Ich glaube, so sieht alle gerade besser aus. Da ist schon ewig alles dicht und das war's. ist auch alles verrammelt. Eieieiei. Eieiei. Dach wie man da erkennen kann, ist doch auch schon das Dach kaputt. Da ist bestimmt schon drin reine. Die Gute ist bestimmt durch. Wie geil ist das denn? Einfach nur kreis zu gucken und Hammer. Ja, das ist auch schon ewig Schluss. Noch vor Jahren daran geschafft und dann war's das. Da war's aus dem Wert, aus dem Komplex. Keine Ahnung. Na ja. Jetzt ist mir die recht Haubetoilett. Ach, du Schein. Was ist das so wirklich die Konstruktion? Das ist ja wirklich affo gel. Ja, so haben sie schon bretter dran gezimmert. Ach. Fahrt drinnen geschmiert. Sieht wirklich irre aus. Ihm falls er los ist. Hat vor Jahren gebrannt. Das ist die Buß nur los. Man sieht das auch schon Fenster fangen kaputt. Ja, da reihe schon Entgang dicht gemacht. Fahrt hatte dran gekümmert. Sehen wir vom Dach ist hier zu sehen. Ei, das sieht aber übel aus. Das war so mal erst verkehrt das lokal. Kannst mich erinnern als Kind macht und essen mit meinen Eltern. Lange lange her. So Leute das Video hat euch gefallen und wenn Daumen da oben lege nicht vergesse bin euch sehr dankbar und nachgetaner Arbeit ich noch Kaffee nach jedem heiß Befehle bleib fit munter und gesund und haut rein und die auf ist ein und das das ist ein